Ich will nicht sagen, weil I-Bots hängt uns ein bisschen ab. Ach so. So 200 bis 300 Punkte Abstand hat er schon, langsam. Du bist... Ähm... Ähm, die Massage liege pisst. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten will. Ich weiß es nicht. Wasserhaar, Waschbecken. Ach ja, ich weiß es glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie das... Ja, okay. Cheatest du etwa? Du hast es nicht beim ersten Mal gewusst. Ich hab's nicht gelöst, weil ich es nicht gelöst habe. Ich muss den, ich muss den jetzt auf den Zahn füllen. Kaputt sein ist schon eher verhängt. Was ist das? Das ist noch scheiße. Wie ne Maja mit Y. Wie ne Maja. Ja. Bionen. Bionen. Wow. es war jetzt ungewohnt weil es jemand für uns da schneller hat so ja engelchen engelchen engel bitte weniger fischen sondern zeichnen was das toby verwechselt das beste ist dass es niemand checken wird ach so warum stille 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 ey checker toby eilbert ist toby rückwärts ich bin checker toby mit ihm zusammen geile hologram ja stimmt da haben wir schon zweimal diesen namen hier vorhanden die sehen eigentlich aus die sind glaube ich so gelb tatsächlich ich richtig krass ich wette er bekommt auch die die ganzen tag zu hören dass er cheat ja ich glaube jetzt wird das sogar wahr gehen von wegen was passiert wenn ein ich möchte jetzt unbedingt nini zurück warum haben wir jetzt nicht nur gekickt meine solide selfenklägerin was ist eine scheibenwelt 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 ich habe das noch nie gehört würstbröte boah ja er ist richtig krass also hier kann man auf jeden fall nicht gewinnen aber er schiebt uns halt nicht das kann man ihm zugute halten dass er noch nicht schiebt aber jetzt ist nadinchen natürlich noch mehr gekränkt dass sie letztlich gut hinkriegt ja ja die fällt noch weiter zurück ja also wenn keiner es euch erklären kann was eine scheibenwelt ist dann ist das nicht ich wollte nicht ich wollte weder grafik noch vw haben also wie gut er ist man äh ne das ist nicht matratzen der glanz weg ich zeichne das immer so ich schaue jetzt mal schnell nach was eine scheibenwelt ist was ist das das ist eine buchreihe ein glas eisglas boah coco tail cocktail oh mein gott hä ach äh 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 ding damit kennst dich damit kennst dich Nadinechen nicht aus auch nicht hm hoa moa 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 ton eisglas moa 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 ach ich steig ach 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 und scheibenfeld ist übrigens irgendeine roman reihe keine ahnung ich frage sie jetzt nicht ob sie fern hat ja eine effektive mausefalle ist uns hier entgegen gekommen natürlich die kennen sich käse käse es ist die banane lobby ist happy als ob ich habe das nur den buchstamm nach wir waren aber alle vor ja unfassbar die banane Okay, also das ist auch so eine Stammkundengruppe hier, gehe ich mal von aus. Meine Leute, meine Euter. Ist nicht Sex. Es ist nicht Cairo tatsächlich. Oh. Ich dachte erst Programmide kurz. Das ist auch ein Klassiker, so habe ich das auch schon mal von irgendjemandem von uns gesehen, ich meine sogar von mir. Ich glaube, ich habe das selber schon mal so gezeigt, so ähnlich zumindest. Was ist das? Guck. Guck mal an, je später es wird, desto mehr kommen so die Stammleute hier hin. Die Stammleute. Hoffentlich kommt noch Stammkunde, erst mal ein Baumstammleute. Ey Leute, ich wünsche mir so, dass Linien jetzt wieder hier reinkommt, bei diesen Experten, die jetzt jedes Wort das Risiko lösen. Und dann sagt, was ist denn das, ich wieder für eine Cheatgruppe hier, kann ja wohl nicht wahr sein. Was? Was? Aaaaaaahhhhhh. Was? 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 Oh mein Gott, das bedeutet, sobald die nächste Runde anfängt, von 1 bis 3, da wird ein richtiges Battle gegen iBot. Da wird ein richtig krasses Battle gegen iBot. Da wird ein richtig krasses Battle gegen iBot. Aaaaaaahhhhhh. Was ist das? Nico? Ich hab dran gedacht am Anfang, aber ich war mir nicht sicher, ob das wirklich sein wird. Das ist eine schöne Hommage. Fabi, du kennst das. Was? Warst du nicht sogar dabei? Ich bin mir nicht sicher, aber sie hat die Folge zumindest gesehen. Komm, du kennst das nicht. Was ist das? Cooler Grund. Ach, das war nicht der Grund. Erinnerst du dich? Also ich weiß nicht, das war in Folge 160, hat das jemand so gezeichnet und die Person in den letzten 10 Sekunden oder so. Ich erinnere mich nicht mehr. Scheiße, Fabi mit dem Fliegenhöhren, ey. Wer ist jetzt Fabi? Was? Eine Enttäufung. Es sind nur noch die coolen Leute, die hier schreibt er. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich heute diesen Fribbeltag geplant habe mit drei Leuten von uns und random Leuten, hätte ich nicht gedacht, dass das so lustig wird, aber es war lustig. Es ist auf alle Fälle lustig. Es ist eng. Wir haben heute interessante Persönlichkeiten kennengelernt. Entschuldigung, warum löst das niemand? Was ist das? Ich gebe euch einen minimalen Hinweis. Es ist nicht Taylor Swift. Ich gebe euch einen minimalen Hinweis mit dem B. Ah, ich check's. Die gibt's ja. Stimmt. Was? Crikey. Entschuldigung. Bitte auf dem... Na komm, jetzt muss man's wissen doch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist nicht die wichtigste Saison. Es ist Justin Bieber. Schnabeltier. Oh, Gary Schnabeltier. Ich wollte's noch kurz... Jetzt packen wir aber echt alle Insider aus aus den vorherigen Sessions, ey. Die ultimative Rückblendenfolge jetzt. Ja. Aybot... Aybot, du möchtest uns in deinen anderen Daumen locken? Das Problem ist, dass Nadinchen hier ist. Wir bleiben hier. Nadinchen ist hier. Wir werden nicht spielen. Nadinchen ist hier und... Oh, gefunden. Was? Das ist nicht schlagen? Das ist nicht schlagen. Plus L. Was? Was ist das? Hä? Ich hab das Wort vielleicht zweimal in meinem gesamten Leben gehört. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Moment, doch, doch. Ich weiß, was das ist. Ist das doch in der Küche? Na, ich... Ist das nicht für die Trommel? Für die Trommel? Schläge. Ich guck das jetzt nach, was das ist. Ich hab gewonnen. Und Aybot ist fünfter geworden. Schläge. Nee. Ach du, das sind Schläge. Ist das schon eine Glocke, das Ding? Ja, das ist hier... Das ist hier... Das ist hier... Dieser... Dieser... Dieser Stäbchen mit den runden Dinger da drin. Ich... Das denn... Ich dachte, irgendwie ein Schneebesen aus irgendeinem Grund. Ich hab also irgendeinem gut an Schneebesen gedacht. Wieso ist das so winzig? Das... Dias. Da steht fast Dias. Dua... Dues. Dues. Steht da. Dues. 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 Dues.